Was wollten Sie mir sagen? Ich werde mir alles anhören, was Sie zu sagen haben. Ich werde Euch umbringen, Vater. In der Tat eine alarmierende Eröffnung. Wisst Ihr denn, wer es war? Ja, ich weiß, wer es war. Glaubt Ihr, es war eine leere Drohung? Die verdammten Idioten machen sich nicht mal mehr die Mühe, einen Grund für einen Mord zu suchen. Wir sind gerade in der Stimmung und dann geht's bang, bang, bang. Wisst Ihr, das fand ich an Euch immer so beeindruckend, Vater. Ihr seid etwas zu schlagfertig für die Gemeinde. Was hat der Mann, Euer Vater? Ein guter Mann, ein feiner Mann. Niemand in der Gegend redet schlecht über ihn. Ob er was zu verbergen hat. Ich werde Euch umbringen, weil Ihr nicht schuldig seid. Ich werde Euch Zeit lassen, Euer Haus in Ordnung zu bringen. Wie wär's mit nächsten Sonntag? Können wir mal reden? Unter vier Augen. Hoffentlich schließen die uns nicht ein, sonst müssen wir Liebe machen, um uns zu wärmen. Wer bin ich? Der gute Priester. Ich vergebe Dir. Nicht umsonst heißt es, Du sollst nicht töten. Da gibt's nicht irgendwo eine Ausnahmeregelung. Da gibt's auch nirgendwo eine Liste, nach der es okay wäre, Menschen zu töten. Was ist mit Notwehr? Das ist eine knüffelige Frage. Es würde nichts bringen, einen bösen Priester zu töten. Aber einen guten zu töten, das wäre doch mal ein Schock. Wieso zur Hölle erzählen Sie mir so eine Geschichte? Hab schon die Feuerwehr gerufen, Vater. Wahrscheinlich schiebt man Dir das in die Schuhe. Gegen Ihren Vater hegt keiner Gräu, oder? Wer hätte ein Interesse daran? Dann kommt das halbe Land in Frage. Was ist denn passiert, Randon Lynch? Ich finde, dass zu viel über Sünden geredet wird und nicht genug über Tugenden. Ich finde, Vergebung wird schwer unterschätzt. Wir treffen uns unten am Strand, am Wasser. An einem Sonntag einen Priester zu töten, das wäre doch mal genial.